Moin zusammen meine Lieben, heute ein kleines Update vom Feenhaus. Ich zeige euch jetzt ganz unkompliziert hier im Fahrhaus, wie ihr euch selber so eine schöne raue Oberfläche spacheln können. Auch Udo, der liegt da und der pflückt gerade Wein. Dafür hast du mich hierher bestellt. Das ist ein unkompliziertes Ding. Ich habe hier am Ende nochmal rübergeschliffen. Das habe ich übrigens in Ghana gekauft vor zwei Jahren. Der Kamin ist auch fertig und so langsam kriegt man das Gefühl, dass wir hier im Haus fertig werden. Thema Blyk ist unserem Aufruf gefolgt und ist hergekommen aufräumen. Wem willst du jetzt mit einer Hand mit der Aßen fassen? Da kommt der Chef doch noch mit seiner Jogginghose um die Ecke und will mir helfen.